Was draus machen? Der Schuss war top. Besser war eigentlich nur noch die Parade, wenn man sich das hier genauer anschaut. Prima abgewehrt, der Schlussmann war hoch konzentriert und auf dem Posten. Sofort abgezogen und... und der ist drin! Und hier die Wiederholung dieses Tores. Sehr gut den Eckball antizipiert und den Ball per Fuß im Kasten untergebracht. Und hier nochmal das Tor aus anderer Perspektive.